hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen experiment einem kleinen mini serie eventuell auch vielleicht eine längere serie und zwar wieder arg wir machen arg wir sind wir wir sind die robinsons die familie robinson haben wir gesagt war familie robinson ja familie robinson hallo wo dann grüß dich außerdem haben wir noch mit dabei der face fleischhammer hallöchen wo bin ich meine damen herr ihr könnt jetzt mal raten wer fleischhammer ist in den drei bildern was ihr gerade so von außen seht dieser hier der mit dem kantigen gesicht ich bin hier der junge mann links in der mitte ist oder mit dem wir nennen ihn auch den bizeps ist der bizeps oder der graue wir gehen ihn noch den grauen nennen den grauen den grauen körper und du bist so der aber du hast auch haare in der nase kann ich von hier aussehen absolut also wir sind die familie robinson nicht von familie robinson ja so haben wir es gesagt familie robinson wir sind brüder also ähnlich wie die dortens ähnlich wie pad und paddichon ähnlich wie egal so ist es so ist wie ein arg wir hatten gerade mal bock arg zu machen beziehungsweise wir wollten scrap mechanic aufnehmen hatten keine guten ideen und hatten bock arg zu machen wo dann deine hauht sieht ungesund aus hast du ein roter augen jetzt so ein bisschen ach komm mal hier level ab vor fleischhammer wir müssen uns absprechen ne skill punkte und so ja 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 wir sammeln jetzt erst ein bisschen stuff damit wir grund erstmal erstmal eine hedge hier ist das überblendet hier der baum direkt wieder und zack sind sie weg du alter wenn du den baum auch einfach weg fällst ja ja ich stehe und er geht nicht und immer schön sammeln gell ihr müsst bären sammeln also immer schön e drücken wie kommt blut aus dem armen aus dem land vor ewig arg lange oder arg list sehr lange ich habe auch keine ahnung ne ne ich auch nicht aber das ist das gute ich habe ich menstruiere das ist meine hände menstruiere das ist gut so jetzt kann man irgendwie tab drücken und dann kann man nämlich auf health so und dann was acht points haben freigeschaltet ich mache mal ich will eine axt die muss ja eine axt macht ja sinn ja genau und ein sperr natürlich auch es gibt neun es gibt so ein so ein baseball bat ja der ist wohl gut habe ich vorhin gelesen zum niederstrecken zum ohnmächtig machen also welche kann man denn jetzt essen hier bären also nicht also auf jeden fall nicht narko oder sowas da kann ich mich noch ein narko ist macht die schnelle und amaberry kannst du auch essen aber also ziehen wir mal die bären hier auf die letzten amaberry stim berry stim berry war glaube ich hier so ich habe jetzt schon mal eine pickaxe gemacht und damit kann man doch ich weiß noch wenn man irgendwie mit der pickaxe auf holz einschlägt kriegt man glaube ich mehr set genau oder sowas war das ich glaube ich habe gerade in den wald geschissen das ist ein dinosaurier gewesen das ist ein dinosaurier in ark läuft bei dir na toll asche auf meinen tomaten erstmal essen hier ich mache das campfire das habe ich noch nicht genommen sorry ich habe den felsen super leid das tut mir leid sage ich ja axt und sperr sollte jeder haben oder eigentlich im prinzip weißt du was das krasse ist jeder bekennt ja sich bei ark jetzt besser aus als wir aber das ist gerade das spannende weil die familie robinson ja aber die familie robinson ist ja gerade erst gestrandet weißt du dodo oups ouch ich werde direkt welche einen gefährden ja ich werde einen gefährden natürlich dodo und den ist natürlich die dodo kümmern irgendwo wo ist noch wie hieß er walfdieter oder wie hieß er franz franz dodo esse es den scheiß hast du niedergeboxt und ihm irgendwie zeug reingehauen jo take all day nimmst du in deinen frucksack taming ah doch der will wenn er aufsteht dann kriegt er noch eine ach man konnte sich auch irgendwie überladen gell inventar voll und überladen ja das ist so wie unter dem kreuz symbol wo bist du hin jackie ich bin irgendwie chronisch unter ich bin hier noch bei meinem kumpel aber wo ist dein kumpel Heinz peter Heinz peter heißt er so heißt er so wird er heißen esse mein kleiner esse ach da bist du ja ich bin an dir vorbeigelaufen äh 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 entschuldigung ich wollte ihm noch was machen du hast die Axt zu ja gut ich bin ja weg das tut mir leid am ende der serie ist er level 33 ja und killt Tyrannosaurus mhm so ist meine vorstellung halt von der Geschichte ja von dieser Geschichte wo ist denn hin hier kann ich dir noch Holz zu essen geben da krieg ich nochmal Fiber muss ich mit der Spitzhacke auf dem Baum einsparen oh Gott genau doch doch die Spitzhacke ja ne da krieg ich kein Fiber Fiber ist das was ich einsammeln im Wald glaub ne das kriegst du hier aus dem aus dem aus dem aus dem aus dem Büschen hier können eh nur Strohhütten und äh Fiber machen oder am Anfang ey ich will mir jetzt einfach mal ein Speer machen oder zwei damit du halt dich auch ein bisschen verteidigen kannst ne ich mach mir grad nen Rucksack kannst du sagen mach mal der der schütte gleich so hat er gleich einfach mal noch inne gekriegt dann schläft er weiter wir sollten uns so nen Spucker aneignen oh oh alles gut alter Freund ich hab grad mit meinen übelsten Biceps ich hatte dass das nicht noch so Flash macht im Wasser das wär echt krass so ich hab nen Speer geh weg ich bin gefährlich geh weg ich bin gefährlich wie arg wie gut das läuft gell ich nehm hier grade mit 60 FPS auf und habe immer noch 100 FPS wie kann denn das sein hast du noch übrig oh ey sag mal hat jeder von euch ein Bein gebrochen nö nö wie ist warum hast du denn mein Bein gebrochen ich hab dein Bein nicht gebrochen ich hab überhaupt nichts gemacht soll das mal klären können wir uns darüber unterhalten was ist mit dem los hier lass den mal der entspannt sich aber der ist ganz blutig hast du den blutig geschlagen hast du den Dodo angefasst nein natürlich was ist denn das Mayo Mayo bist du es Mayo Mayo wieso Mayo 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 Berry Mayo Mayo also dass wir wieder mal ein Arx sind hätte ich auch nicht gedacht ne ich auch nicht die Familie Robinson was ist denn nourishment nourish nourish das ist so nourish nourish heißt bei uns so ah jetzt ist er tot ne you killed the Dodo was ist tot wieso was ist passiert was hast du denn gemacht naja ich wollte ihn einfach nochmal ein bisschen ohnmächtig machen letztes Jahr ah ne bin ich mehr Arx mit der Spitzhacke glaube ich ja dreimal raw meat habe ich jetzt rausgeholt ok dann lass uns mal was zu essen machen oder weil ich bin ganz schön am fungern können wir deinen Kumpel vielleicht kurz essen klar also normalerweise sind die Gruppen eigentlich habe ich so nö aber ohne ja mach mal mach mal hier craft item hier mit dem Kämpfer ja und dann der wird einfach mal kurz die Kämpfer hat so dann mach ich mir auch hier ein Speer ansonsten was geht sonst noch ich habe einen Speer gemacht erstmal sleeping bag ja also hier ist er relativ ruhig wir haben das Spiel gestartet er ist erst beim Osten gestartet im Osten ist schwierig müsst ihr aufpassen Osten 2 ne 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 also ich würde sagen ich nehme auf auf Wade nehm ich noch ein bisschen Punkte damit ich mir sie mehr schleppen kann das ist ja wichtig mein Inventar wird voll sein wo soll ich jetzt schon wieder hin ach hier war das nicht so dass man wenn man Mützen gecraftet hat unheimlich weit leveln konnte irgendwie sowas ja das war die Schnaftaktik das war die Schnaftaktik ey schmeißt du so n Kämpfer ich habe einen Water Skin auf jeden Fall mal gelernt da könnte ich uns dann wenn man irgendwie auf Jagd sind alles gute Idee genau boah das Feuer sieht gut aus demolition allowed personal owner hier das hat einen eigenen Besitzer ja ja klar das ist hier das ist der Fleisch das ist der Fleischbesitzer wo ist er nicht ich hatte das noch eine Axt ach hat er gemacht konnte man nicht in die Ocke gehen mit dem Mario Blurry kann man die essen ja ja kannst du essen warum ist das so hell wo man drauf einschlägt ja keine Ahnung so okay ah ihr lacht doch schon wieder das ist aber ein riesen Spieß weiß nicht wollen wir uns gleich so eine kleine Hütte bauen hier oder keine Ahnung macht das Sinn weiß ich nicht ich muss was essen jetzt lass mal Ruhe vielleicht da oben da oben auf dem Felsen guck mal am Dschungelrand obwohl da sind wahrscheinlich böse Kumpels oder so vielleicht sollten wir tatsächlich am Anfang erstmal hier bauen falls wir auch bauen können Leute ja also ich mach dann einfach das Foundation mach mal genau und dann muss jemand anders muss dann äh ich kann doch das Door machen aber dann müssen wir erstmal ich hab noch einen Punkt im Prinzip die Grundsätze müsste man alle machen weil sonst kommst du gleich weiter unten unten rum ja das ist so ein und noch mehr schwierig gut können wir eine Kiste machen kann ich mal eine Kiste oder kann ich das Holz nicht hier ablegen verschwindet das dann wie war das denn mit dem Spielen bestimmt ja das ist ja nicht hier Dings wie heißt das na das wäre ne Dieb ja Schlafsack sollte ich dann ja hat die immer noch Heid hat die immer noch Heid also dieses könnte ich Wasserschläuche machen noch gar nicht iiiiih nein es ist ausgegangen das Feuer wir müssen auf jeden Fall jagen gehen jetzt ne wir haben Sperren wir sollten ja wir sollten jagen gehen komm wir gehen jetzt erstmal mit jagen was soll das darf ich mir das Fleisch rausnehmen no für Fleisch ja na klar Gänsefleisch Gänsefleisch man hier unser natürlicher Feind da vorne der Spucker der muss weg wo ist denn der wir sehen ihn gerade noch nicht man konnte auch so ein Teich saufen habt ihr alle einen Sperr ja nicht dass hier was passiert nicht dass hier was passiert ja ein Sperr alles klar wollen die noch lassen aber können wir den nicht umboxen dass wir da ja ja man kann den da ohje ich nehm ihn nochmal auf ok wir gehen im Nahkampf wir probieren und Achtung ach ne das war der falsche Knopf zugefügt hallo er spuckt jetzt gleich ohje das war hart zu weit Stochern 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 kann den Schwer nicht aufnehmen ja jawoll schmeißt schmeißt alles klar jetzt Spitzhacke er hat es schon weg gemacht ups 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 wer hat ups hast du denn hast du denn dematerialisiert ach wo da war ich hab nur einmal in meine Aufnahmen ich hab's nicht getan naja naja ist aber ne harte Lüge hart wie das halt so ist wie das halt so ist oder vielleicht da vorne ist noch einer da vorne ist die Frau dahinten wer hat könntest du auch so in meiner Gegend zu kacken das hast du da wurde er halt am Strand geschissen wir fliegen hier raus kacken die eh nicht super hm schwierig äh nein renn nicht weg äh warum rennt ihr weg feige Sau ja das Blutversammlung nicht ins Wasser nicht ins Wasser nicht ins Wasser wieso denn nicht weil Haie sind und so im Wasser guck doch mal auf dein Navi hast du grad aufs Navi geguckt Digga warte mal ja also lauplan ist hier eine also lauplan ist hier keine ist hier keine Waufstelle brauch ein bisschen Wut noch keine Idee 20 du musst dich hier woher ähm ja dann besorgen wir uns erstmal wieviel Fleisch hast du bekommen Blunt ich hab ein ein Fleisch jetzt noch das ist nicht viel ja nein das ist nicht viel dann lass uns mal nicht durch drei Teilen schon mal das ist schon mal schlecht guck mich an ich brauche am meisten Eiweiß gibt jetzt das stimmt das gibt jetzt das ist im Tränen lass uns rüber laufen und noch ein bisschen in die andere Richtung gehen oder gut ja klar mach mal ich muss kurz reparieren ich muss kurz reparieren ich muss kurz reparieren ich muss kurz reparieren Blinden in the Flintstones ich muss den Stand reparieren Craft 3 ah geil ok mach mal mach mal gleich drei drei sind besser als einer und zwei ist keine Zahl wo seid ihr denn schon wieder ich bin neben ihr neben dem Felsen wo ihr grad eingeschlagen habt neben dem Felsen wo ihr gerade eingeschlagen habt ich komm wieder an den Strand Die großen Schlangen brauchen wir nicht, die sind fies, die haben mich zwei, dreimal, fünf, also wenn es hier eine Death-Statistik gibt, bin ich weit vorne, dann bin ich sehr weit vorne, ich habe immer schmusen wollen, die Schlange kommt an, der sagt, ey Alter, ich würg dich, sag ich, nee, unentspannt, beiß dich direkt, viel besser, ach hier ist noch ein Dillo, oder wie heißen die Dinger? Ja, hier ist noch ein Dillo, was macht der, macht einen anderen Tod, wo bist du jetzt, bist du am Strand, oder wo bist du? Du bist tot, wo bist du? Ich weiß nicht, am Wasser, ich habe grüne Sicht, nur Bäume und Sträucher sehe ich hier, Wodan hast du Fleischhammer gesehen, wo ist Wodan hin, ah da bist du, bin ich allein hier, Jack, lass uns zusammen, ey, edit hide, wo bist du denn? Wo ist der denn hin? Ich bin hier, ich kann euch nicht markieren, irgendwie? Ich kann nicht markieren, komm her, warte mal, ich markiere dich, er rennt weg von uns Okay, you should find a place to cool down, ich geh mal kurz ins Wasser, er rennt weg von uns, ja, ja, er hat eine Axt, hab ich gesehen, pass auf, schnell mal ins Wasser, kurz mal abkühlen Kann man eh drücken, ne, dann trinkt er Oh, das ist ein Piranha, das ist ein Piranha, ein Piranha oder was Piranha Hat viele Zähne, was war das denn? Der Vogel hat gekackt Der Vogel hat auf, oh, echt? Der, der will mich Hä? Ne, der hat mich Alter, der hat sich gleich Das ist ein riesen, riesen Hai, Minas, guck bei mir Jetzt nicht hinter dir Ja, der kommt jetzt auf dich zu Was ist denn? Was ist denn? Ich seh da, ich seh die Rückenflosse Komm, hör doch mal auf, wir sind hier Okay, lass uns vorgehen Habe ich keinen Nasenbluten, ey Wieso Nasenbluten? Ich hab zweimal Fleisch, komm, ich hab den Fisch gekillt Komm, wir können das futtern Lager zum Feuer gehen Lagerfeuer, ganz normal Da vorne, okay Immer Bären essen Du hast sechs Fleisch in der Tasche, was läuft bei euch? Ich hab Bären In meinem eigenen Tribe, sag ich jetzt mal Warum teilen, wenn man alles für sich alleine haben kann? Wo seid ihr denn jetzt? Kommt doch mal vor Mensch, wo da Ich weiß ja auch nicht, was der macht Der ist den ganzen Tag unterwegs Sag doch mal, wo wir sind Aber wir können doch auch hierbleiben, oder? Ich meine, das ist ja nur ein Lagerfeuer Das haben wir doch ruckzuck wieder gekrabt Wir sollten auf jeden Fall was bauen, ja So Hier Hier ist doch grüß so eine schöne Stelle, oder? Zwischen den Steinen Dann schmeiß ich einfach die Baumaterialien wieder runter hier so Ja, aber ich kann noch keine Foundation Ich hab noch nicht die Dot Level Foundation Punish 7 Punkte, die könnte ich noch verteilen Ich könnte es Machen wir den Doorway Hinter dir kommt was Wodan, Wodan, pass auf Pass auf Ein Urkrebs, ein Tillo Töte es Das wehrt sich nicht Du kannst es töten Das wehrt sich nicht Der macht nichts Das wehrt sich nicht Na super, dann holt er seinen Kumpel Irgendwie so einen Würgeschlangen, oder so Der macht nichts Ich treff doch nicht Ich krambe auch nicht Meins nicht Können wir uns eigentlich selber Schaden zufügen? Nee, hoffentlich Kommt mal, ich werde mal probieren Mit dir You're starving, find something to eat Okay, schnell Bären reinhauen Was ist denn mit dem Fisch hier jetzt? Na also Er ist tot Yeah Seid ihr denn jetzt? Alles gut Wir sind immer noch am Strand Ich hab 2 Euro das Fleisch Also wir sind die Robins Wir sind Wir sind planlos Wir sollten unbedingt jetzt das Lagerfeuer wieder finden Achso, ganz wichtig Wir spielen auf einem nicht öffentlichen Server Deshalb lieben wir noch Ja Deswegen kam noch keiner mit Maschinenpussholen vorbei, oder was? Ja Ich weiß nicht, wo ihr seid Am Strand, egal wo wir angefangen haben Nee, die seid ihr nicht Richtung der kleinen, doch Richtung der kleinen Insel dann Wo der blaue Strahler hochgeht Genau Da ist ein Lagerfeuer, sehr gut Jetzt machen wir erstmal schön Da bin ich zu weit gelaufen Meine Güte Okay, wie konnte man nochmal teilen? Wo noch 2? Wie kann man wo teilen? Shift? Nee Rechtsklick Steuerung Shift Rechtsklick Shift Linksklick Ziehen Ja Mit Shift Linksklick Ich mach jetzt einfach mal 20 Holz hier rein Und nimm mal die Kohle da raus Und mach die 2 Ja Leute 30 Uhr So, Fleisch da rein bitte Hör auf, standen Ich hab 3 mal Halt 8 mal Shitin Ich hab auch Shitin Wenn ihr mir das Halt gibt, kann ich Wasserflasche machen, zumindest eine Cool, kannst du sie trinken Am Arsch, Alter Am Arsch, mein Na komm, jetzt sei nicht so Komm Einzelfleisch Wir sind die Robin, äh, so Also, wir sind ja Brüder Ja, ja, wir sind Brüder Hast du gesagt? Brüder Grimm Ja, ja Ach, das ist ja, das ist ja Samen Samen Jetzt hab ich den gegessen, oder was? Läuft Na denn Ich hab Samen gegessen Jackie, komm her Jackie, komm her Schwierig Warte mal Unter Brüdern, ich wollte ja Da muss Punkte für meinen Sack gehen Komm her Nee Nee, nee Jetzt komm her Hier, fass mal an Nein Ich bin dann mal hier am Stein Hier, nimm mal Lieg dir rechts Dazu, sag mir, in den Schlafsack, geh mal Mach mal hier Training wieder Das ist mir Edit, Water Scan Muss nur noch auffüllen Ich helfe dir Muss nur noch auffüllen Keine Schmerzen Reinpinkeln Muss nur nämlich die Axt auf den Stein Alter, Freund Was denn? Warum? Macht ja keinen Sinn Gibt's denn mit einer Axt auf den Stein? Was bringt das? Gar nichts Nee, aber du kriegst, glaub ich Doch, du hast saut nur länger Und du kriegst dann, glaub ich, mehr Steine oder sowas Oder irgendwie, war das ungehört Nee, macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Wie auch immer Alter Oh Gott, wie viel ich bin, komm Nein, Gott Schade Ähm, essen? Ich muss fast was zu eaten Something Ja, ja, komm her Ich gebe dir ein bisschen Ess hier Narcoberry, läuft bei mir Nein Lecker Fleisch Muss man sich nicht irgendwie einen Tribe einladen oder so ein Quatsch? Ja Wie ging das? Du musst E holen E hold for options Recruit for new tribe Hast du jetzt eine Anfrage? Halt mal E drücken Ja, jetzt muss ich auch E drücken, ne? Und dann drüber halten wir eine Maus irgendwie E Akzeptieren, ja Habe ich akzeptiert? Jack Fleisch haben wir requested Nein, ich habe doch eingeladen, Digga Habt ihr das schon gemacht? Nein Ich hab's doch schon gemacht? Du musst auf ihn jetzt klicken Wenn er die eine Einladung geschickt hat Ja, macht er nicht Die Clayt Wars Stamm Stamm von Jack Fleischhammer ist er Und wo dann ist? Was steht über mir? Bei dir ist es ein Riesen Bei dir ist es ein Riesen Ja, Stamm von Minas Stamm von Minas Okay, jetzt müssen wir nur einen Jack Fleischhammer irgendwie einladen Ja, Stamm von Jack Fleischhammer Da, jetzt Jetzt Jackie Jetzt E halten Du hast deinen eigenen Stamm, deswegen Merch, oder was? Mach mal Merch Nee, nee Mach mal Merch Akzeptieren oder sowas Irgendwo Ich hab hier Oh Gott Okay Nein Was machen wir Hast du wahrscheinlich holt Und dann jetzt Warte, hast du gar nichts? Gar nichts? Gar nichts Warte, ich lade dich nochmal ein Jetzt kann ich nichts mehr machen Du bist aber jetzt grün für mich Jetzt Jetzt komm her Komm her Ich kann das machen Ich kann nicht mehr E halten auf dich Das kann nicht sein E muss immer halten Es ist aber so Es ist genau so Wodan ist auch nicht mehr Bei dir ist ein Riesenstern Doch Ist ein Stern auf dem Kopf Ich bin Stamm von Minas Steht er hier oder was? Stamm von Minas Beintreten, ja Einladung von Stamm von Minas Ich sag mir hier etwas anderes Habe ich gemacht jetzt Jetzt mal ganz kurz Könnt ihr euch mal um Sachen kümmern Zum Beispiel brauchen wir jetzt Holz Wir brauchen Ja, ich hab Holz Wir können quasi eine Hütte bauen Wir können nur gegen ein Dach Soll ich dir das Material hier hinschmeißen Und du baust das Zeug Geht das? Ja, ich lasse es fallen Geht das? Geht das? Können wir das so machen Das können wir so machen Basern, guck Ich lasse auch hier Holz fallen Oh, aufpassen Die haben glaube ich so einen Timer Eine Minute hast du Zeit, Jack Ab jetzt Okay Ich bin so hart Wir sind übrigens am Ende einer Folge Beziehungsweise der ersten Folge Von Familie Robinson Ja Hallo Hallo Geil Jack Dorton Guck seine Hand an Er guckt seine Hand Was machst du? Dein Stein qualmt auch Echt? Guck mal bei mir Guck mal auf meinen Stein Ah, es brennt, es ist heiß Ich kann mich leider nicht bewegen Wenn ich so schwer überladen bin Okay Ja, Familie Robinson Verabschiedet sich aus der ersten Folge Und wir sehen uns zum nächsten Video Macht's rein Tschüss Tschüss Aua Ich muss doch nur mal Steuerung drücken Zum Hinblick